Brüder und Schwestern in Christus, das heutige Evangelium, das wir gehört haben, ist ein wohlbekanntes und ich habe bis vor einigen Stunden gemeint, ich verstehe auch, worum es hier geht. Gott hat dir viel gegeben in deinem Leben, nutze deine Talente, bring dich ein, wo es nur möglich ist. Man kann dieses Evangelium so deuten, aber mich hat diese Deutung nicht weitergebracht, muss ich ehrlich sagen, weil manche Talente, die man hat, wie soll man sich da in der Kirche einbringen, wenn jemand gut Karten spielen kann, zum Beispiel. Ist auch ein Talent, was soll das, ne? Ich habe zwar gestern von einer Schwester gehört aus Deutschland, also ich war beim Christkönig-Jugendfestival, allen empfehle ich das einmal zu erleben in Kremsmünster von der Loretto-Gemeinschaft. Sie verteilen auch so schöne blaue Bände, also als Erkennungsmarke und die Schwester hat da auch von vielen ihren Talenten gesprochen. Am Anfang hat mich das verstört, aber dann, weil sie hat aufgezählt, also ich habe das gemacht, so viele Vorträge halte ich im Jahr und so viele Bücher habe ich geschrieben und da und dort war ich schon. So viele Tausende Kilometer mache ich im Jahr im Auftrag des Herrn. Da habe ich mir gedacht, naja, gut, Werbung kannst du woanders machen, ne? Aber dann habe ich mich beruhigt und ihr zugehört. Und sie hat immer wieder einen Satz wiederholt. Worauf wartest du? Ich habe das schon auch vor ein paar Wochen hier gesagt. Worauf wartest du noch mit deinen Talenten, mit dem, was dir Gott gegeben hat? Und das ist für mich der Schlüssel für die Auslegung dieses Evangeliums. Weil, wie man sieht am Verhalten dieses Herrn, der für Gott eigentlich steht, ihm geht es nicht um den Gewinn. Er gibt dem einen, der da fünf Talente erwirtschaftet hat, genau dasselbe, was er dem gegeben hat, der zwei Talente gebracht hat. Also zwei mehr. Beide haben eines bekommen, komm, nimm teil an der Freude des Herrn. Also auf Deutsch gesagt, du gefällst mir. Das, was du tust, wie du lebst. Gott geht es nicht um den Gewinn. Worum geht es ihm dann? Worum es ihm nicht geht, kann man an der Haltung des dritten Dieners ablesen. Er sagt zu seinem Herrn, ich hatte Angst. Ich hatte Angst und deswegen, also vor dir, weil du so streng sein kannst, ich hatte Angst vor dir. Ich hatte Angst, dass ich diese Talente, also dieses eine Talent und Geld verspiele oder verliere. Und was dann? Was wäre dann, wenn er dieses eine Talent verloren hätte? Ich kann euch sagen, was dieser Herr machen würde. Er würde ihm sagen, komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Das ist ein bisschen verstörend. Aber darum geht es in diesem Evangelium. Es geht nicht darum, wie viel du in deinem Leben leistest. Was ist das schon vor Gott? Nichts. Also wenn man das vergleichen würde. Du musst nichts leisten. Gott will von dir nichts. Nur eines will ich, das habe ich auch in Krems Münster immer wieder gehört, weil das sind die Benediktiner und das ist einer in der Lieblingssätze, dass Gott unseren Lobpreis will. Nichts mehr. Und das ist ja nicht so schwierig. Auch wenn man müde ist, kann man Gott Lobpreis und ihm sagen, Herr, danke für diesen Tag. Ich bin müde, ich gehe schlafen. Ist auch Lobpreis. Ist nicht so kompliziert. Gott will auf keinen Fall, dass man von ihm Angst hat. Wer Angst hat, der bereitet sich selbst dieses Los, das dem einen Diener zuteil geworden ist. Er geht in die äußerste Finsternis. Also worum geht es ihm in diesem Talenten jetzt? Also Angst soll man nicht haben. Gott geht es nicht um den Gewinn. Worum geht es ihm dann? Um dein Vertrauen. Das habe ich bei dieser einen Schwester, die heißt Reza Sukic. Ihr könnt es im Internet nachschauen. Es ist sehr interessant, was sie so erzählt und wie sie ist. Eine überwältigende Persönlichkeit. Und die hat sich für den Herrn zum Deppen gemacht. Viele Male aufs Neue. Das ist sehr biblisch. Nicht, dass man jetzt denkt, sie hätte sich das ausgedacht. Wenn ihr in der Bibel die Erzählung über den König David liest, so wie er die Bundeslade in die Stadt einführen lässt, also er verschwendet da Unmengen von Geld. Das ist das Erste. Es ist nicht zu schade für Gott, das zu tun, weil Gott zieht da ein in die Stadt, nimmt seine Wohnung ein. Und was macht dieser König David? Er tanzt vor der Bundeslade. Und wenn man im Orient war, tanzende Männer, das ist nicht so. Also ich weiß es aus den Erzählungen. Es gibt zwar Gruppen, die tanzen, aber was es bedeuten könnte, kann man, ihr habt sicher den Film, also der Streicher auf dem Dach, so über den Tevi, den Milchmann, einen Juden gesehen. Und da gibt es eine Szene bei der Hochzeit, wie alle tanzen. Und es gibt eine schöne Schnur in der Mitte, da sind Frauen, da sind Männer. Es zimmt sich nicht, vor anderen sich zum Deppen zu machen. Und die Männer tanzen ein bisschen anders als die Frauen da. Das ist ein schönes Bild, aber darum geht es im Hintergrund. Beim David, das war nicht normal, dass ein König noch dazu sich so hingibt. Er ist ja der König, der muss vor niemandem hinknien. Und David sagt, nee, ich muss vor diesem, der hier einzieht, meine Knie beugen, mich zum Idioten zu machen. Also wurde er gesehen von seinen Leuten. Und so ist es auch mit dieser Schwester, die wird sehr oft belächelt. Seine große Schwester noch dazu, wird nicht immer ernst genommen. Aber eines, was ich bei ihr gesehen habe, in ihren Augen, ist ein Feuer, das nicht erlischen will. Ich setze mich für ihn ein, weil ich vertraue auf ihn. Und das ist egal, was andere sagen, behaupten, mir raten, wenn ich für den Herrn eintrete, wenn ich ihm mein Vertrauen schenke, dann wird man eines erleben, was diese zwei erlebt haben aus dem Evangelium. Die Freude des Herrn. Und das ist nicht etwas Abstraktes. Ich habe viele Menschen erlebt, die vor Freude nur so strotzen. Sie strahlen, sie sich strotzen vor Freude. Es ist manchmal schwierig, die auszuhalten. Besonders, wenn man ein bisschen niedergeschlagen ist, wenn etwas passiert ist, solchen Menschen zu begegnen. Es gibt schon Ruhe mit dem ganzen Zeug. Lass mich auch trauen, lass mich in Ruhe. Solche Menschen gibt es. Und wenn du siehst so einen, dann weißt du, warum es in diesem Evangelium geht. Es geht nicht um die Freude mit den Engeln. Wird es auch sein. Die Schwester hat es schön gesagt, im Himmel, die ersten 400 Jahre setzt sie sich auf den Schoß des Herrn und wird ihn knudeln. 400 Jahre lang. Und dann geht sie zu der Mutter Gottes und sie ist an der Reihe. Und bis sie alle durch hatte da im Himmel, die Ewigkeit ist zu kurz. So stellt sie sich das vor. Ist ein bisschen lächerlich, kindisch. Aber was soll's? Vor Gott sind wir alle irgendwie nicht besonders gescheit. Man stellt sich immer wieder dumm an vor Gott. Und das ist nichts Schlimmes. Wir sind einfach so. Aber vertraue auf ihn, dass du mit dem, was du bekommen hast, mit diesen fünf Talenten, zwei Talenten, einem Talent, vielleicht hast du ein halbes Talent. Wenn du deinem Herrn Vertrauen gibst, Vertrauen schenkst und das für ihn einsetzt, ist egal, was daraus kommt. Das ist ein Fehler, den wir in der Kirche immer machen. Wir denken, wir können Gott ersetzen. Das habe ich auch sehr lange Zeit gedacht. Das hängt von mir ab, wie viele Leute am Sonntag in meiner Kirche sind. Nee. Das hängt vom Wetter ab, von dem, ob jemand danach isst. Und letzten Endes ist es der Geist des Herrn, der uns antreibt und in Bewegung setzt. Du kannst niemanden bekehren in deinem Leben. Du kannst es nicht bewirken, dass die Kirche voller wird, dass sie sich ausbreitet. Mach dir nichts vor. So viele Talente hast du nicht. Aber du kannst deinem Herrn vertrauen und das, was du hast, für ihn einsetzen. Und die Ergebnisse, da ist er zuständig. Du wirst dann sehen, wenn du so wirkst, so lebst, ohne etwas Großes zu erwarten von deinem Wirken, dann wirst du Wunder erleben. Das kenne ich aus Wien, aus der Gemeinschaft Emanuel. Die haben Stadtmissionen in Wien gehabt. Eine unglaubliche Sache, wie ich die Bilder sehe. Also, ist unglaublich. Und alle haben denen gesagt, das nützt nichts. Und tatsächlich, die Kirchen wurden nicht voller. Aber das ist egal. Weil sie sind zu den Menschen hinausgegangen, haben ihnen gezeigt, was es heißt, Christin zu sein. Für Gott begeistert einzutreten. Ohne irgendetwas zu erwarten. Oder der Leiter der Schule, die von der Gemeinschaft Emanuel, sagt immer, er müsste eigentlich seinen Nachbarn besuchen. Er hat ihn schon lange nicht gesehen. Einfach Kaffee trinken. Ist das Evangelisierung? Ist das Einsetzen für das Reich Gottes? Ja. Wir sind dazu berufen, nett zu sein zu anderen. Aber so wirklich nett. Nicht nur so äußerlich. Ja, ich habe dich gerne, aber verschwinde. Sondern wirklich mit Liebe begegnen. Das ist unsere Aufgabe. Ohne irgendetwas zu erwarten, dass der sich jetzt plötzlich bekehrt, weil ich so nett war oder weil ich ihm etwas von Jesus erzählt habe. Nee. Nicht deiner Wege wird er oder sie sich bekehren. Vielleicht sieht er oder sie dein Leben. Begeistert sich. Aber der, der den Glauben schenkt, ist Gott. Ich lade euch dazu ein, sich in diesem Vertrauen zu üben. Das kann man. Also das kann man gut üben, wenn man nur aufmerksam ist. Nicht sich alles unter den Nagel zu reißen. Nicht die Kontrolle über alles behalten. Das kannst du sowieso nicht in deinem Leben. Nicht über alles. Es gibt Dinge, die man kontrollieren muss. Aber das, was das Reich Gottes betrifft, entzieht sich deine Kontrolle sowieso. Versuche es gar nicht. Wird es dir besser gehen. Und setze uneigennützig, das ist ein schönes Wort aus der Bibel, deine Talente ein. Uneigennützig. Tu Menschen Gutes, ohne etwas zurückzuerwarten. eine wieder, also, dass man etwas wieder zurückbekommt. Das ist das, was ich in diesem Evangelium von heute sehe. Es geht nicht darum, was du leistest. Es geht nicht darum, wie viele Menschen du dazu bewegst, am Sonntag in die Kirche zu kommen. Sondern es geht darum, wie viel Vertrauen in den Herren du in deinem Einsatz für das Reich Gottes schenken kannst. Und dann wird es wieder so sein, das ist wieder etwas Verstörendes vielleicht, dass du doch durch dein Wirken, durch deinen Einsatz, durch die Nutzung deiner Talente Menschen in diese Kirche bringst. Aber das darfst du nicht erwarten. Das darfst du hoffen. Aber derjenige, der in Hoffnung gilt, ist Gott selbst, nicht deine Talente und deine Fähigkeiten. Ich lade euch dazu ein. Versucht, darüber nachzudenken, ob es vielleicht ein Weg für dich ist, ein Weg des Vertrauens, ohne irgendwas Großartiges zu erwarten, dass da sich etwas Großes verändert. Und du wirst sehen, wenn du so uneigennützig, ohne Hintergedanken für Gott eintrittst, wirst du doch Wunder erleben. Wirst du Menschen erleben, die mit dir in dieser Kirche dann eines Tages finden. in dieser Kirche und da in dieser Kirche in der Kirche in der Kirche